Stuttgarter Kicker Was denkst du? Die Generalprobe ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir hatten zwar nur 13, 14 Mann. Das war vielleicht eher nicht so gut, aber weil manche viele verletzt sind. Manche haben noch abgesagt wegen Krankheit und dafür haben wir die erste Halbzeit richtig gut gespielt. Auch mit einer Startelf, die wir so noch nie hatten. Wir sind dann mit 2 zu 0 zur Halbzeit und haben eigentlich auch das Spiel komplett im Griff gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir es eigentlich auch noch gut gemacht. Wir hatten dann 10-15 Minuten, die wir ein bisschen schleifen gelassen haben. Wir haben dann das 2 zu 2 bekommen. Wir haben natürlich dann mit dem Schlusspfiff noch das 3 zu 2 gemacht. Also war es eigentlich ein gelungenes Testspiel. Wie zufrieden bist du bei deiner eigenen Leistung? Du hast ja zwei Tore geschossen und auch das Siegtor ganz zum Schluss. Ich habe ja die erste Halbzeit gespielt, dann war ich nochmal 15 Minuten draußen. Dann nochmal 15 Minuten gespielt. Mit meiner Leistung eigentlich relativ zufrieden. Ich hätte vielleicht in der ersten Halbzeit noch eine große Chance reinmachen müssen. Aber im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden. Wie hast du die Tore gemacht? Das erste Tor war, ich bekomme einen Chip-Ball hinter die Kette, nehme ihn einmal an und nehme ihn Wolle mit links und das zweite Tor war nach einer Flanke. Der Abwehrspieler währt ab und dann von 20 Metern direkt einfach abgenommen. Torwartfehler vielleicht, aber ist mir egal. Ja, was kann man von euch jetzt, ihr habt euch bestimmt einiges vorgenommen. Ihr seid jetzt, bis auf die Stuttgarter Kicker seid ihr drei Punkte hinten dran und auf den Spitzenreiter Freiberg sind es vier Punkte, fünfter Platz. Verstärkt habt ihr euch jetzt nicht groß. Was denkst du, was kann man jetzt in der Rückrunde erwarten? Ja, wir hatten auch nicht vor uns groß zu verstärken, weil wir hatten eigentlich eine gute Hinrunde gespielt und hoffen, dass wir die Rückrunde ähnlich gut gestalten können. Wir schauen natürlich jetzt von Spiel zu Spiel und denken jetzt nicht, ob wir am Ende erster oder zweiter werden können. Deswegen schauen wir jetzt erst mal nächste Woche auf CFR. Das ist ein großes Derby und da freuen wir uns schon alle drauf. Ja, ein paar Worte zum Derby. Wir sind alle heiß, hatten wir glaube ich heute auch ein Testspiel gesehen. Wir wollten auch unbedingt dieses Spiel gewinnen und natürlich freut sich jeder auf CFR. Da brauche ich gar nichts sagen und natürlich ist auch jeder heiß drauf. Jimmy, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön.